Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. Jo, wir baddeln uns hier den Wolf ab. Was tut man nicht alles, wenn man Schätze findet, ne? Jetzt ist ja die Frage, wie stark ist denn die Ströme? Ich habe ein bisschen Angst, dass unser Floß zu schnell wegtreibt, bis wir die Kiste geplündert haben. Ähm, Stückchen noch. So, ich will mal kurz schauen. So, die Kiste haben wir. Kann man das mitnehmen? Ich glaube nicht. Da unten noch irgendwas? Nein. Okay, und schnell. Und schnell. Hopp und hopp. Jawohl, geschafft. Sehr gut. Ohne, dass wir, glaube ich, angenascht wurden. Hervorragend. Wir werden hier ernten. Wir haben wieder tolle Sachen bekommen und ich werde wieder eine Kartoffel einpflanzen. So, zack. Mit einem Schlückchen Wasser. Zack und zack und zack. Und unsere Rübe werden wir mal verknuspern. Gegarte Rübe. No. Wir werden mal versuchen, einen Kartoffel zu garen. So. Fisch. Das lief ja gar nicht mal so schlecht, ne? Ha. So, ich sollte vielleicht hier wieder zurückbuddeln, ne? Eigentlich, damit wir wieder Sachen kriegen. Verbrauchen wir halt ein bisschen was von der Battle, aber ist ja wurscht. Können wir eine neue bauen. So, ja. So, ja, ja. So, ja, ja. Ich glaube, so geht's. Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Auf dem Kurs. Zack. Und zack. Super. Planke und noch mehr Zeug. Können wir wieder was bauen? Yes. Zack. Ja, ein bisschen was. So, jetzt wird's interessanter. Da drüben, drüben sind drei Fasseln. Und ich hoffe, ich kriege sie alle. Das wäre sehr famos. Jawohl. Das eine wird eh bei uns vorbeischwimmen. Und das andere, wenn ich Glück habe, da drüben. Komm zu Mama. Yes. Und das da drüben werde ich noch versuchen zu angeln. Super. Drei Fasseln. Das ist schön. Ähm. Ich wollte... Alter. Das gehört sich aber nicht, du Kerl. Da wird Mama gleich sauer. So. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte mal schauen, wie war denn das jetzt noch schnell mit dem Forschungstisch? 14 Blanken. Ja, okay. Da brauchen wir ein bisschen was. Das sollte ich vielleicht sparen. Das sollte ich sparen. Glaube ich. Ach, das war wieder für den Hugo. Für den Hugo. Da drüben ist wieder ein Fässchen. Aber ich glaube, das erwische ich nicht, ha? Ja, doch. Glück gehabt. Super. Ui, wir sind durstig. Oh. Ja. Ich habe schon gemerkt, du bist durstig Nächste. Entschuldige. So. Prost. So. So. Und. Mei. Ein Ofenkartoffel. Ein Ofenkartoffel. Schau, wie cool. Nom, nom, nom. So, aber die Kartoffel tun wir jetzt nicht. Wie tun die hier essen? Boah, wir haben sehr viele Blätter. Ich muss jetzt echt, ich muss jetzt echt, echt mal schauen. Nom, nom, nom. Ein Fässchen. Ich wollte sagen, ich muss jetzt echt mal schauen, dass ich hier, ja, dass hier was weitergeht. Können wir schon ernten? Na, noch nicht, ne? Die müssen noch ein bisschen wachsen. Blanke platzieren. Gerne. Trinken. So. Zwei Blanken. Hoppala. Äh, Blanken. Blanke, 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 Blanke. Äh, die kann ich wegschütten. So, was werden wir denn heute kochen? Ich würde sagen, wir machen wieder eine Rübe. So. Und ich will noch was trinken, wenn es geht. Dauert noch ein bisschen. Oh, da wäre eine Insel. Wir hätten mal eine Bottle. Eine Bottle Kunststoff. Tschüss. Hopp. Ein Stück Kunststoff. Die Bottle wird nämlich nicht reichen, darum bin ich gerade etwas in Eile. Ah, die geht noch nicht. Jetzt aber. Komm. Ähm, ich will mir ganz schnell einen neuen Bottle bauen. So, und schnell hin. So, gleich da rüber so. Ich bin froh, dass hier auch das Essen nicht verbraten kann. Nicht kaputt werden kann. Äh, sind das fliegende Fische? So, jetzt ist hier aber die Frage. Ich hoffe, dass wir, wenn wir jetzt da ran klatschen, dass wir unser Floß nicht beschädigen. Ich hoffe, dass das so geht. Irgendwie. Irgendwie. Ich kann gar nichts bauen. Ähm, ich wollte nur sagen, ähm, ich wollte mich hier ein bisschen was hinbauen, dass wir nicht schwimmen müssen. So. Das essen wir mal. Dann trinken wir noch was. So. Jetzt stell natürlich wieder was drauf. So. Passt. Ähm. Ich hab natürlich keinen Schimmer. Ob das hier irgendwie klappen kann. Huch. Ich hab gehofft gehabt, dass ich mich irgendwie raufziehen kann. Schaut irgendwie netzer aus, hm? Ist wurscht, nem halt Schrott und das mit. Hoppala. Hat das hingehauen? Nein. Da hab ich versagt. Da hab ich viel zu schnell, äh, nach oben geschaut. Aber ich würd schon gern hier rauf. Au! Ja, das war klar, dass mich der Haifisch da erwischt, ne? Ich hab halt echt gedacht gehabt, ich kann hier hoch, ne? Aber das ist wirklich... Ich dachte wirklich, ich könnte hier klettern, ne? Ui. Aber das scheint hier nicht gedacht zu sein, oder? Oder vielleicht doch? Hm. Ein Stück wär ich nach oben gekommen, ne? Oder schaut das nur so aus? Ei, ei, ei. Das mit dem Springen geht etwas. Nee. Ich dachte nämlich, ich kann mir mit diesem Haken hier hochziehen. Dachte ich mal. Wenigstens die Blume hätte ich gern gehabt. Na ja. Hm. Dann ist diese Insel hier nicht gedacht, dass man sie... Dass man sie, ähm, erkunden kann, oder wie? Das ist aber schon ein bisschen komisch. Ach so, ich weiß schon, ich hätte vielleicht müssen in die Höhe bauen. Dann könnte man von der Höhe aus dahin wahrscheinlich, so gedacht. Kriege ich jetzt aber diese Blume hier irgendwie? Wahrscheinlich nicht, ne? Würde es denn sowas geben zum Klettern? Hm. Hm. Geht wahrscheinlich nicht, ne? Ja, Pech gehabt. Dann wieder zurück zu unserem Floß. Super. Hup. Okay. So, die Rübe. Die werden wir gleich dann essen. So eine... Wow, wo ist denn mein Grill hin? Mein Dings hin? Oh, der Hai hat mir das kaputt gemacht. Dieses Arschkind. Alter. Wie gemein ist das denn bitte? Ach, jetzt risch natürlich das Plastik nicht. Ist eh logisch. Boah, wie schierig ist denn das? Ich habe ein Stück Plastik, habe ich jetzt. Braucht frisches Wasser. Tut mir leid, ich habe keins mehr. Ah, wie gemein. Wie gemein ist das bitte? Das erreiche ich, glaube ich, nicht, ne? Na. Mit ein bisschen Glück erreiche ich das Plastik. Jawohl. Wenigstens etwas. Somit kann ich hier nochmal zumachen. Alter, wie gemein. Boah, da muss man echt aufpassen. Da wäre es halt echt schon cool, wenn man... Wenn man das irgendwie verstärken könnte, ne? Puh, ist das gemein. Das ist echt gemein. Naja. So, jetzt muss ich mich beeilen. Das harte Überleben, ne? Jetzt muss ich mich beeilen. Was haben wir hier? Scharniere. Das sind zwei Metallplatten, die sich knicken lassen. Ja, Scharnier halt. Genau. Das ist jetzt echt ein bisschen ungut. Hm, hm, hm. Das ist sogar sehr ungut. Jetzt muss ich mich voll beeilen, ey. Jetzt muss ich mich voll Gas beeilen. So, den braten wir noch, weil wir es können. Alter, wie fies ist das denn bitte? Mega fies. So. Was brauche ich jetzt für den Grill? Blanken brauche ich noch. Blanke, blanke, blanke. Da schwimmt zum Glück wieder eine vorbei. Alter, wie fies. Das ist so gemein. Das ist echt gemein. Füh. Ha, ein Fässchen. Ich habe das Fässchen übersehen. Das werde ich jetzt nicht mehr erreichen, glaube ich. Hm, hm, hm. Na, gerade so nicht. Schade. Das habe ich verhauen. La, la, la. Das habe ich versaut. La, la, la. So, davon schwimmt aber noch eins. Ha, wir sind eh hungrig. Zuerst, ich sammle den da mal ein. Mann, ist das doof gelaufen. Kann man ja gar nicht in Worte fassen. Das ist echt blöd gelaufen. So. Ui, war fast ins Wasser gefallen. So, zack. Gut. Noch eine blanke. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Ich glaube, wir können den... Nein, Grill brauche ich nicht. Das einfache... Hier... Meine Güte. Was? Wo? 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 Wer? Niemand. Da hat mir, glaube ich, schon wieder irgendwas kaputt gemacht. Ach, Gottchen. Dann mal noch ein Fassel. So. Noch eine blanke. Kann ich das jetzt bauen? Das einfache... Einfaches Lager, würde ich sagen. Einfacher Reiniger. Ja. 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 Ja, so wäre es mir lieb. Danke. Planken platzieren. Und sofort Wasser machen. So. Also. Huch, ihr habt das falsch gebaut. Ähm. Kann man das drehen? Den habe ich falsch gebaut, den Grill. Ich habe mich gerade voll gedreht. Na. Hallo? Jetzt verdrücke ich mich schon wieder. So. Jetzt aber. So. Passt. So, weil ich brauche Wasser. Äh. Ein Schluck für mich und ein Schluck... So. Dann trinken wir jetzt mal. Und ein Schluck für unsere Pflanze. Schüsch. Da drüben wäre schon wieder so ein... Ich habe jetzt kein... Ja, ist egal. Ich habe zwar keinen Halter mehr. Aber wir können zum Floß uns hin paddeln. Vielleicht findet man noch was gescheites. So. Schön paddeln. Und dann gehen wir schnell was kochen. So. Also was grillen. Baddl, 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 baddl. Jetzt habe ich was gescheites oben. Ich sehe da jetzt keine Kiste. Eine Saatkiste. Kann ich die mitnehmen? Hoch. Hoch. Hey, was soll denn das? Hier ist eine. Hopp. Ach. Ein Nest. Okay. Okay. Was haben wir denn jetzt bekommen? Was ist denn das? Kletterpflanzenkleber. Ein bisschen wie Leim. Okay. Okay. Hm. Wir brauchen das Wasser. Wir tun Pflanzen gießen. So. Und so. Und haben wir was für den Grill? Kartöffelchen hätten wir noch. Sehr gut. Ich müsste mal so ein kleines Lager machen. Hier so Truhe. Einfaches Bett wäre auch cool. Kleines Lager wäre noch besser. Wir brauchen acht Kunststoff. Okay. Aha. Ich sehe gerade, mir fehlt noch ein Haufen. Kann ich hier irgendwie Seile bauen? Genau so. Dass wir wieder ein bisschen Platz kriegen. So, sehr gut. Werkzeug. Ähm. Das hier. Kunststofffett. Scheiß Plastik. Da. Ähm. Ich will buddeln. So. Bin in die Richtung. Lass mir wieder was bekommen. So. Vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, wenn es geht. Vielleicht klappt es ja noch. Okay. Okay. Sie ist hungrig. Mehr als hungrig. Sie ist sehr hungrig. I'm hungry. Der Magen knurrt. Alter Schwede. Die Arme hat wirklich... Oh. Wir haben hier noch einen Fisch. Sehe ich gerade. Hoppala. Mahlzeit. So. Sehr gut. Das trinken wir gleich wieder. So. Die braucht noch ein Wengerl. Ach. Ja je. Das ist jetzt aber nicht so super. So. Noch eine Kartoffel nachlegen. Die essen wir auch gleich. Du nervst. Geh weg. Boah. Da hat unser Floß ganz schön zerbissen. Ich bin so arm. Ich habe gar nichts mehr. Halt. Halt. Blanke. Plastik. Gott sei Dank. Endlich wieder. So. Blanke. So. Jetzt können die nächsten Fässer schon kommen. Zum Glück. Wie schaut's wassertechnisch aus? Ja. Trinken wir wieder was. So. Und so. Mann. Ich will da Sachen bauen. Geht aber nicht. Weil ich immer fort kaputte Werkzeuge habe. Was war denn das jetzt bitte? Das war der schwache Arm. Plastik. Plastik, Plastik. Zack. Plastik, Plastik. Wo ist er? Da war doch irgendwo. Wo fuhr das auch? So. Da kommt wieder ein Fässchen. Ich sehe es genau. So la 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 la. So la la. Blätter. Die kann man immer brauchen. Obwohl wir eh schon sehr viele Seile haben. Hui. 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 So. So. Ein bisschen paddeln. Vielleicht können wir das ohne zu fischen. Also ohne zu angeln. Yes. Hui. Ah. So. Zack. Und zack. Sehr, sehr gut. Da können wir schon ernten. Nein, noch nicht. Aber essen können wir. Und die nächste gleich drauflegen. So. Und selbstverständlich auch. Schwuff. Ich glaube, das hätte ich mir jetzt sparen können. Das kommt Dirk da auf uns zu. Wie schön. Willkommen an Bord. So. Wir sind natürlich wieder hungrig wie die Wölfe. Das heißt, es wäre Fischenszeit. Juhui. Platsch. Haben wir überhaupt noch Platz im Inventar? Ich hoffe sehr. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ach wie schön. Tra la la. Jawohl. Wir haben doch keinen Platz mehr. Wir sind arm. Arm wie Kirchenmäuse. So arm wie Kirchenmäuse. La 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 la. La la la. Ist die Makrele weg? Juhu. Gott sei Dank. Moment. Die ist von Bord gefallen. Einmal mit gutem Personal. So. Ui. Musik. La 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 la. La 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 la. Ich wollte mir dieses kleine Lager bauen eigentlich. Das da. Mir fehlen noch zwei Kunststoffstückchen. Eines. Eines. Oh. Scheiße. Ui. Ah. 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 Dieses Floß, ne? Boah. Glück gehabt. Oh. Ich glaube es regnet zum allerersten Mal hier in unserem Spiel. Äh. Unser Spiel. Dieses Spiel. Also unser Spielstand. Äh. Was? Unsere Welt. Jetzt habe ich es. Kein Kunststoff. Ach. Hupfengatsch. Jetzt braucht man einmal Plastik im Meer und dann ist nichts. Also wirklich. Ui. Da kommt jetzt schön der Sturm, ha? So. Können wir jetzt das kleine Lager bauen? Ich glaube, das hat hingehauen. Ähm. Wo tut man das hin? Ich würde sagen. Ich würde sagen hier. So. Jetzt können wir da ein paar Sachen reinschmeißen. Ja. Ich würde sagen, das ist das, was wir schön voll haben. Halt. 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 Dich kriege ich schon noch. Brauchst keine Angst haben. Glaube ich. Nein, ich kriege dich nicht. Verdammt. Das war jetzt zu weit weg schon, ne? Mist. Naja, hab mich gehabt. Hm. Aber dich kriege ich. Dich kriege ich schon. Sehr gut. Ich werde jetzt versuchen, ein wenig hier wegzubaddlen. Boah, ob das mir gelingen wird. Ich habe nämlich richtig Angst und Sorge, dass wenn wir mit so einem Sturm an die Felswand klatschen, dass wir dann geliefert sind. Das unser Floß in tausend Schiefer zerspringt, das wir nicht haben. Weil momentan, glaube ich, können wir eh noch nicht zurecht auf diese wunderschönen Inseln. Ich hoffe, wir werden öfters noch welche treffen. So, du kommst auch mit. Dankeschön. Zurück zum Lager. Die Planken nehme ich nochmal zurück. Die Baupläne tue ich da mal da rein. Ah, ich habe vergessen zu stecken. Das erklärt auch so einiges. Was haben wir hier? Sand. Für das brauchen wir noch einen Schmelzofen später mal. Okay. Hier haben wir auch noch Seile. Die könnte ich auch weggeben. Das Plastik werde ich behalten. So, glaube ich, ist es in Ordnung. So, glaube ich, kann man das Glasmobiler ordnen. So. Da haben wir wieder ein Fässchen. Ein Fässchen der Freude, hoffentlich. Kommt es wieder Dirk auf uns zu? Schaut aus. Hätte ich mir wieder sparen können. Ja, ja, ja. So. Auch das hier würde ich gerne mitnehmen. Die Blätter. Ich weiß, wir haben zwar schon so viel, aber es wurscht. So. Na, komm her. Echt jetzt? Mann, ey. Dann nimm Fischen, wenn es das halt. So. So. Wie schaut man aus? Ähm, essenstechnisch. Würde ich sagen, können wir einmal die Rübe. Und hier eine Blanke. Ja, ich glaube, so geht's. Ah, Blanke. Blättchen. Aha, die Antenne kann ich mir auch schon anschauen. Okay. Puh, ich habe überhaupt keinen Plan, wo ich noch was hinbauen. Wie ich noch was bauen soll. Das wird irgendwie alles so ungleichmäßig. Ja. Da kommen wieder Planken und Kisten. Und da drin ist wieder ein Bötchen. Oh, Ruck. Aha, da schwimmt wieder direkt auf uns. Da brauche ich nicht viel machen. Habe ich die Möglichkeit für ein weiteres Battle? Nein. Gar keine Chance. Da bringt es mir, glaube ich, nichts darüber zu schwimmen. Vor allem bei diesem Sturm hier. Ja, war klar. Na, schaffe ich nicht. Leider. So, ich wollte noch den Bauplan. Das haben wir eigentlich Empfängerantenne. Ich habe zweimal Antenne. Okay. Kann scheinbar schon mal passieren. Essen. Gegarte Rübe. Die werden wir uns gleich runterwürgen. So. Nächste platzieren wir gleich. Ernten können wir auch schon wieder. Die Rübe tun wir rein. Gleich mit Wasser. So. Jetzt ist es schon wieder dunkel, wenn du denkst, ne? Großes Pferd. Jawohl. 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 Das lief super. Wieder einen Bauplan bekommen. Nochmal Antenne. Okay. Ich glaube, ich sollte es langsam mal anfangen zu bauen. So, unser kleines Lager ist somit voll. Gratuliere. So, wir müssen mal wieder was triechen. So. So. Ähm. So, wir setzen uns durch Kartoffeln. So. Äh, du sollst sie nicht essen, du sollst sie hier. Ne? So. So. Und so. Mann, da ist ein schönes Wetter. Ui. Das ist viel Zeug jetzt. Zack, zack und zack. Noch ein Fasern. Perfekt. Nochmal Bauplan Antenne. So, ich mache mit dem ganzen Bauplan. Ich muss mir dieses Forschungsblablader bauen. Das wäre mal echt super. Ähm. Ähm. Das hier kann man tatsächlich erstellen. Gut. Das hat schon mal hingehauen. Ähm. Na, vollkommen falsch. So, ich wollte eher drücken. Ich drücke immer falsch. Ähm. Probieren wir es mal. Und jetzt? Öffnen. Aha. Jetzt muss ich die Pläne holen wahrscheinlich. Ah, du nährst. Kaput. Dein Ernst jetzt. So. Jetzt haben wir wieder einen. Das habe ich grandios hinbekommen. Äh. Einmal mit Profis, ne? So. So. Und so. Und so. Äh. Antenne und Empfänger. Passt. So. Also. Wie geht das jetzt? So. Erforschen. Passt das so? Ah, da können wir ganz viele Sachen. Batterien, Bolzen. Alter, schwer. Da geht viel. Ich probiere die beiden jetzt auch noch, ob das was bringt. Hammer schon. Und Hammer schon. Was können wir jetzt damit machen? Nix. Wegschmeißen wahrscheinlich. Ja. Genau so ist es. Einfach weg damit. So. Und so. Das schüttet man weg. Ähm. Die Kartoffeln nehmen wir. Die essen wir auch gleich. Schon wieder diese Antenne altert. Nervnerd. So. Ähm. Eine Kartoffel geht noch. Ich glaube, ein Schlückchen Wasser geht auch noch. So. Und so. Okay. Was einmal auch schön wäre. Glaube ich. Ähm. Wäre vielleicht. Ein Bett. Das kann ich mir gut vorstellen. So ein schönes Bettchen. Wäre sicher entzückend. Glaube ich. Seile haben wir hier drin. Seile habe ich jetzt gar keine. Da nehme ich mal eins mit. Die Blätter. Ich glaube nicht, dass wir jetzt Blätter brauchen, oder? Kunststoff schon eher. Äh. Wo bist du denn? Da. Hey. Kunststoff schon eher, würde ich sagen. Ähm. Da wir unser Floß ausbauen wollen. Oh, der Party ist schon wieder zu Ende. Die Zeit vergeht. Na gut, ihr Lieben. Das war es dann wieder für heute. Ich vergesse wohl auf die Uhr zu schauen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.